Einen wunderschönen guten Tag aus Berlin. Es ist Donnerstag. Man sagt, glaube ich, auch grün Donnerstag zu dem Donnerstag vor Karfreitag. Ich habe mir heute freigenommen und werde gleich mal losstiefeln, noch ein paar Einkäufe erledigen, damit ich am Samstag nicht die Massen erleben muss, die feststellen, denn Freitag konnte ich nicht einkaufen und Montag kann ich auch nicht. Ich muss jetzt den Laden leer kaufen und deswegen mache ich das heute. Ich kaufe heute den Laden leer, werde mir ein paar Sachen holen, vielleicht Sachen auch für den Grill, damit ich den mal einweihen kann. Immerhin werden es 20 Grad oder so am Samstag oder Sonntag oder an beiden Tagen am Wochenende. Ja, Plan für heute ist einkaufen gehen, frühstücken, dann ein bisschen streamen, dann mal kurz zum Bürgeramt meinen neuen Reisepass und Ausweis abholen, dann zum Cupcakeladen, Cupcakes holen, dann nach Hause weiterer streamen und dann abends ein bisschen sehen gucken. That's the plan for today. Morgen nochmal Filmabend mit Arnie und Puff, da freue ich mich. Habe schon gesagt, was ich gerne gucken würde. Poor Things heißt der, glaube ich, ist auf Disney Plus für umsonst, kannst du aber auch für 5 Euro bei Amazon und Co. Lion, ein Film, der anscheinend 3 Oscars bekommen hat und ein bisschen abgefahren ist. Science Fiction, Fantasy, irgendwie was dazwischen, glaube ich. Ja, aber erstmal heute. Ja, nachher ein bisschen Banishers und heute Abend ein bisschen God of War. Gestern haben wir Elite gespielt, da war es wieder erstaunlich voll, also bis zu 30 Leute waren im Stream gut. Man muss zugeben, es gab wohl gestern auch nochmal Drops für Elite und dann kommen da vielleicht nochmal ein paar mehr Lurker dazu. Aber Elite ist nicht tot, wie viele behaupten. Nein, das ist noch voll, voll dabei. Und ich habe schon wieder nur einmal in dem Monat oder vielleicht zweimal Elite gespielt. Das muss mehr werden. Aber ich höre dann auch eine Stimme in meinem Kopf, die sagt, hier, wer drei Storygames parallel streamt, der kann jetzt nicht noch seine Zeit in Elite vertrödeln. Und auch das stimmt, ja. Das stimmt ja auch. Naja. Ja, ansonsten, Woche war gut bisher, Woche wird gut. Am Sonntag ist die Familie in Berlin bis Montag. Mal gucken, ob wir uns da sehen. Bestimmt. Und ich wünsche euch jetzt einen schönen Donnerstag. Einen hoffentlich letzten Arbeitstag vor dem Osterfest. Kommt da gut durch. Und ja, wir hören uns spätestens morgen in dieser Form in meinem Vlog wieder. Und ansonsten heute Vormittag und auch Nachmittag auf meinem Twitch-Kanal. Wenn ihr mögt, kommt gerne vorbei. Wie gesagt, Banishers, Ghosts of New Eden und God of War Ragnarok wird heute gespielt und gestreamt. So, ich wünsche euch was. Schönen Tag, ne? Lasst euch nicht ärgern, bleibt gesund. Und ja, habt eine schöne Zeit. Tschüss.